Ach, alter Chang. Hey, alter Mann. Vater meines Kindes. Was ist? Ich bin doch nicht taub. Du gibst dir ja richtig Mühe. Das waren ja gleich drei Anreden. Hier, Schild Knoblauch. Ich schreib eine Predigt und komme nicht weiter. Also störe mich nicht. Du bist derjenige, dessen geistiger Quell scheinbar versiegt. Und jetzt gibst du mir die Schuld. Na los, zeig mal. Hey, 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 hey. Aha. Du arbeitest schon den ganzen Morgen und schreibst nur einen einzigen Satz. Besonnen warten wir darauf, den Herrn zu begrüßen. So ist es doch. Du weißt doch wohl, dass dies die letzten Tage sind. Die Katastrophen werden schlimmer und schlimmer. Und niemand kann sagen, wann der Herr zurückkehren wird. Also müssen wir besonnen warten. Sicher, wir alle warten und freuen uns auf ihn. Wir haben ihn noch nicht begrüßt, dafür aber den Blitz aus dem Osten gefunden. Der östliche Blitz sagt, dass der Herr zurückgekehrt ist. Ich frage mich immer, ob der Herr bereits irgendwo anders erschienen ist. Und wir wissen es nur nicht. Solange ich das nicht rausfinde, bin ich mir da nicht sicher. Wieso bist du dir da nicht sicher? Wenn der Herr wirklich zurückkehrt, wird er auf einer Wolke kommen, die für alle zu sehen sein wird. Der östliche Blitz sagt, der Herr sei zurück. Aber hast du ihn gesehen? Ich denke, dass dein Standpunkt falsch ist. Was ist falsch daran? Sie haben uns Ihr Evangelium so oft verkündet. Vielleicht ist es nur falsch, dass du dich weigerst, zuzuhören. Ich bewundere wirklich Ihre Hingabe und Ihre Stärke, ja? Nehmen wir Bruder Chenji Chua zum Beispiel. Er ist so erstaunlich beharrlich. Ob es heiß oder kalt ist, windig oder regnerisch, nichts hält ihn ab. Und wieso ist das so zu bewundern? Ich habe in all den Jahren meiner Arbeit für den Herrn auch mal unter freiem Himmel geschlafen. Genug, genug. Deine so ruhmreiche Vergangenheit ist nicht das Thema. Interessiert dich das nicht? Oh, aber ja doch, ja. Aber ein Hüftbruch wäre schöner. Tag für Tag höre ich mir deine alten Geschichten an. Und was nützt es? Es ist nicht so, dass mein Glaube gewachsen wäre seither. Ich verbringe mein Leben mit dir und kann immer noch nicht mit dir reden. Ja, ja, schon gut. Mach die Tür auf. Wie kann das sein? Bruder Zhang, schön, dich zu sehen. Sieh an, Jenji Jua, wenn man vom Teufel spricht. Auf sie hast du magischen Einfluss. Hallo, Bruder Jen. Komm doch rein. Danke. So, so. Was macht ihr zwei da? Soll das etwa Tai Chi sein? Oh, was für ein Regen. Los, kommt doch rein. Kommt rein. Ich wollte was zu trinken. Dieser Regen fällt extra für dich. Treibt dich der Wetterbericht her? Bruder Zhang, du hast echt Humor. Das zeigt, Gott hat uns eine Chance gegeben. Komm schon, reden wir ein wenig. Hey, das reicht. Ich weiß, es regnet und du kannst nirgendwo hingehen. Da, wenn du Durst hast, dann trink was. Ja. Du kannst doch gern etwas essen. Aber wenn du über den östlichen Blitz reden willst, muss ich dich bitten zu gehen. Mein Mann ist manchmal sehr unhöflich. Hier, setz dich bitte. Gut. Also reden wir nicht über den östlichen Blitz. Bruder Zhang, du glaubst seit Jahrzehnten, also kennst du doch die Bibel gut. Ich habe sie dutzend Mal gelesen. Oh, dann reden wir doch über die Bibel. Du willst über die Bibel reden? Mhm. Wie lange glaubst du schon? Seit etwa fünf Jahren. Und was weißt du von der Bibel? Ich habe sie nur einmal gelesen. Willst du dir dann nicht diese Peinlichkeit ersparen? Bitte. Du bist unhöflich. Ich bin nur ehrlich zu mir. Bruder Zhang, ich verstehe nicht viel von der Bibel und würde gern mehr von dir erfahren. Hör zu, Kleiner. Ich will nur, dass er sich nicht blamiert. Kann er das nicht verstehen? Wieso wählt er diesen Ausweg nicht? Er wirkt nicht so, als bräuchte er den. Du bist der, der hier ängstlich scheint. Was sagst du da? Ich? Ja. Ich glaube seit Jahrzehnten. Ich kenne die Bibel in- und auswendig. Aber er glaubt erst seit fünf Jahren und las die Bibel nur einmal. Ja. Was sollen wir da bitte besprechen? Und dennoch will er mit dir sprechen und du hast Angst. So kommt mir das jedenfalls vor. Ich habe Angst? Ja. Schön. Wenn du sowas denkst, dann rede ich eben mit ihm. Zhenji Zhuo, ich möchte dir etwas vorschlagen. Wenn du mich überzeugst und ich dich verstehe, dann führen wir Gemeinschaft. Das ist toll. Ehrlich. Versprichst du es? Ich halte mein Wort. Nur zu. Hör zu. In der Bibel steht ganz klar. Und als dann werden sie sehendes Menschen Sohn kommen. In der Wolke, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Aber du bezeugst, dass der Herr heimlich im Fleisch zurückgekehrt sei, um zu wirken. Genau. Und worauf basiert das? Kannst du es finden und mir zeigen? Bruder Chang, es gibt viele Prophezeiungen, dass der Herr im Geheimen kommt. Offenbarung 16,15 Siehe, ich komme wie ein Dieb. Und auch Matthäus 25, Vers 6 Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Und Offenbarung 3,20 Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. Zudem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Oh, Liebling, das war ganz wundervoll. Beruhige dich. Bruder Chang, du kennst die Bibel. Also weißt du, dass all diese Prophezeiungen wie Der Bräutigam kommt, ich komme wie ein Dieb und ich stehe vor der Tür und klopfe an, sich auf die Rückkehr des Herrn beziehen. Aber sicher. Gab es da jemals Zweifel? Aber wenn der Herr auf einer Wolke erscheint, sichtbar für jeden, wer riefe dann, Der Bräutigam kommt? Das… Was soll dieses Das? Wenn alle ihn sehen können, muss keiner rufen. Und wenn der Herr auf einer Wolke herabkommt, wie sollte er dann vor der Tür stehen und klopfen? Richtig. Wieso habe ich in all den Jahren nicht darüber nachgedacht? Wenn der Herr vor der Tür steht und klopft, wie könnte er das von den Wolken aus tun? Und wenn alle ihn sehen können, dann müssen sie nicht rufen. Was ist denn hier auf einmal los? Bruder Jen, mach doch bitte weiter. Gut. Als der Herr Jesus sagte, Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei, siehe, ich komme wie ein Dieb und ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagte er, er käme heimlich. Im Geheimen also? Und das auf einer Wolke? Wie soll er das nur schaffen? Wenn er zurückkehrt, kommt er im Geheimen und dann erscheint er offen. Und das bedeutet, dass der Herr zuerst im Geheimen als Mensch gewordenes Fleisch zurückkehrt für das Werk des Gerichts, der Reinigung und der Rettung des Menschen. Sobald er die Überwinder geschaffen hat, ist sein heimliches Wirken abgeschlossen. Wenn das passiert, schickt Gott die große Katastrophe, belohnt Gutes, bestraft Böses und dann erscheint er öffentlich vor allen. Bruder Chang, entspricht mein Austausch der Bibel? Zuerst kommt der Herr heimlich, dann erscheint er offen. Und das entspricht den Prophezeiungen des Herrn. Aber ja! Ich hab's ja gesagt, hinter der Wiederkunft des Herrn steckt ein Geheimnis. Wir haben die Ankunft auf Wolken erwartet und seine Rückkehr im Geheimen nicht bedacht. Wie können wir den Herrn so begrüßen? Genau so muss es sein. Bruder Jendu, was soll das denn jetzt? Kannst du nicht erst mal nachdenken, ehe du redest? Was gibt's da zu denken? Das war doch wohl ziemlich deutlich. Du hast es versprochen, also hören wir auch weiter zu. Aber trotzdem kannst du nachdenken. Bruder Jendu, hier bitte etwas Obst. Ist Bruder Chang… Oh, er ist nur manchmal schüchtern. Ignorier ihn, lass ihn kurz über alles nachdenken. Reden wir beide weiter. Gern. Du hast gerade gesagt, wenn der Herr kommt, dann wird er zuerst im Geheimen kommen. Er ist noch so jung, aber er versteht die Bibel und kann beweisen, was er sagt. Schatz, komm zu uns. Bruder Jendu möchte uns vom Werk des im Fleisch zurückgekehrten Herrn etwas erzählen. Erzähl ihm davon. Falsch, falsch, falsch. Ganz falsch. Was meinst du denn jetzt? Wenn der Herr erst im Geheimen und dann öffentlich erscheint, entspricht das der Bibel. Aber was sagtest du eben? Du hast gesagt, der Herr erscheint sowohl im Geheimen als auch im Fleisch. Richtig. Nur über das menschgewordene Fleisch steht garantiert in der Bibel kein Wort. Nun, es steht… Genug. Ich bin überzeugt von seiner Ankunft auf einer Wolke. Bruder Chang. Ich glaube, der Regen ist durch. Niemand hindert dich zu gehen. Hey, was redest du denn da? Bruder Chang, endlich einmal können wir uns austauschen und leider fürchte ich, ich werde nicht wiederkommen. Was? Was heißt, du kommst nicht wieder? Bald schon werde ich fortgehen und ich möchte nicht mit Treue gehen. Mein Junge, du kannst nicht… Du bist so jung, du musst… Oh nein, du hast gehört, wie krank der Junge ist und doch predigt er das Evangelium und du willst ihn vor die Tür setzen? Aber… Welch große Leistung. Chenjijua, setz dich hier. Woher sollte ich denn wissen, dass er krank ist? Halt! Wovon sprecht ihr beide? Was? Na, weil meintest du nicht gerade, dass du sehr bald gehst? Wie? Oh ja, ich gehe in ein paar Tagen, damit ich das Evangelium in einer anderen Gegend predigen kann. Deshalb werden wir uns in Zukunft nicht mehr so oft sehen. Ach so, das hättest du auch so sagen müssen. Ich dachte, du meinst… Du hast so viel Sorge ausgelöst. Hat er wirklich nicht wahr? Das ist alles sehr peinlich jetzt. Nein, wirklich, Junge. Durch dich werde ich noch ganz und gar nervös. Bruder Zhang, was war das? Was er sagen will, ist, dass er zögerlich ist. Höre ich ihm zu? Höre ich ihm zu? Lass uns einfach weiter zuhören. Hab ich denn überhaupt eine Wahl? Ja, klar. Na dann. Also los, erzähl uns den Rest. Oh, gern. Aber, eine Bedingung. Ab jetzt halten wir uns an die Bibel. Ja. Das Begrüßen seiner Wiederkunft ist wichtig. Es darf keine Zweifel geben. Wir hören genau zu. Sehr gut. Bruder Zhang, du hast gesagt, dass der Herr im Fleisch erscheint. Wird das auch in der Bibel prophezeit? Liebe Schwester, in der Bibel wird alles vorhergesagt, was seine Rückkehr im Fleisch angeht. Ja? In vielen Prophezeiungen erwähnt der Herr, dass er als Menschensohn kommt und als Menschensohn herabkommen wird. Und der Herr Jesus sagte, darum seid ihr auch bereit, denn das Menschensohn wird kommen, zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Du sagst also, dass sich der Menschensohn auf das menschgewordene Fleisch bezieht? Genau. Wäre Gott nicht Fleisch geworden, gäbe es keinen Menschensohn. Und Gott Jehova kann als Geist nicht Menschensohn genannt werden. Der Menschensohn wird Menschen geboren in normaler Menschlichkeit. Wäre er ein Geist, könnte er nicht als Menschensohn bezeichnet werden. Ja. Also, die Ankunft in der Prophezeiung vom Menschensohn ist die Wiederkunft des Herrn als Mensch gewordenes Fleisch. Das ist richtig. Oder, mein Schatz? Was sagst du? Weiter, weiter. Okay. Sehen wir uns Lukas 17, Vers 24, 25 an. Ja. Ich schau nach. Denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, also wird es Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Bruder Chang, die Prophezeiung des Herrn besagt, zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Wie verstehst du diese Worte? Wenn er zurückkehrt, erleidet er viele Dinge und wird von dieser Generation abgelehnt? Oh ja. Ja, ich verstehe. Los, los, weck da. Ist ja gut. Du sagst also, wenn der Menschensohn im Fleisch erscheint, wird es so sein, wie als der Herr Jesus für sein Werk erschien. Er wird von der religiösen Welt und der Regierung verurteilt werden und Widerstand erfahren. Ja. Oh ja. Ganz genau so muss es sein. Erlass diese heftigen Bewegungen. Heute bezeugt der östliche Blitz die Wiederkunft des Herrn. Wurden sie nicht von der religiösen Welt und der KPCH verurteilt und abgelehnt? Mhm. Damit ist klar. Der menschgewordene, allmächtige Gott kann tatsächlich die Wiederkunft des Herrn Jesus sein. Was du gerade gesagt hast, entspricht der Bibel. Ich schätze, der Herr kehrt wirklich im Fleisch zurück. Bruder Chang, siehst du, jetzt hast du es verstanden. Was hast du noch anfangs gesagt? Ja, was denn? Was wolltest du tun, wenn es jemandem gelingen sollte, dich zu überzeugen? Was? Was habe ich gesagt? Ach, komm schon. Bitte sei nicht stur. Was Bruder Chen sagt, ergibt wirklich Sinn. Wir sollten ihm zuhören. Ja, Bruder Chang. Nein. Falsch. Es ist ganz falsch. Und was ist nun wieder falsch? Wenn er zurückkehrt, dann auf einer Wolke, damit wir es alle sehen können. Wenn der Herr ins Fleisch kommt und im Geheimen wirkt, dann kann ihn doch niemand erkennen. Wie können wir ihn dann begrüßen? Oh ja, das ist wirklich eine gute Frage. Der Herr sagte uns vor langer Zeit, wie man ihn erkennt und begrüßt, wenn er sein Werk im Fleisch aufnehmen wird. Ach ja? Der Herr Jesus sagte, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Seine Stimme? Oh je. Die Stimme Gottes? Oh je. Was ist los? Ist das wahr? Dann ist der Schlüssel, den Herrn zu erkennen, seine Stimme zu hören. Das stimmt. Gott kommt in den letzten Tagen als allmächtiger Gott, klopft mit seiner Stimme an und sucht jene, die sich wirklich nach ihm sehnen. Die Schafe Gottes können seine Stimme hören und ihn so begrüßen. Aber wenn wir seine Stimme nicht hören wollen, weil wir weiter auf die Wolke warten, wenn der Herr dann vor der Tür steht und anklopft und wir nicht aufmachen, Bruder Chang, denkst du, wir können dann des Herrn Ankunft begrüßen? Warum starrst du denn so? Denkst du etwa, es geht um mich? Oh nein, solange dein Herz weiß, wo es steht, na ja. Bruder Chang, du hast gesagt, der Herr steht vor der Tür und klopft. Wie klopft er? Wird er vor der Tür stehen, anklopfen und zu mir sagen, ich bin der Herr Jesus und dann werde ich die Stimme des Herrn erkennen und ihn herzlich willkommen heißen? Nun, ich fürchte, so funktioniert es nicht. Nicht? Hast du noch Offenbarung 2, Vers 7 im Kopf? Ich überlege, Vers 7. Aber sicher, das wissen wir bereits. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das heißt, sein Kommen in den letzten Tagen? Oh nein. Was ist denn? Ich habe das so oft gelesen. Wieso habe ich es nicht erkannt? Er muss in den letzten Tagen natürlich auch zu den Kirchen sprechen. Das ist richtig. Er klopft mit seiner Stimme und seinen Worten in den letzten Tagen bei uns an. Seit seiner Rückkehr im Fleisch sprach er mehr als eine Million neuer Wörter. Er hat uns Gottes 6000-jährigen Führungsplan aufgezeigt und für die Rettung der Menschheit alle Wahrheiten ausgedrückt. Was die Prophezeiung des Herrn Jesus erfüllt, Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiden. Amen. Lesen wir das Wort des Allmächtigen Gottes, dann hören wir Gottes Stimme und sehen seine Erscheinung. Jetzt ist es aber genug. Weiter. Das Wort des Allmächtigen Gottes ist auch schon online veröffentlicht. Menschen auf der ganzen Welt können studieren und erforschen. Jetzt hörst du auf damit, ja? Weiter, weiter. Wer die Worte des Allmächtigen Gottes liest und als Gottesstimme anerkennt, wird vor Gottes Thron erhoben und wird mit dem Lamm feiern. Diese sind die weisen Jungfrauen. Sie sind am meisten gesegnet. Also wirklich, jetzt reicht es mir aber. Ach, Schatz, jetzt komm schon. Was ist denn nun wieder los? Wieso unterbrichst du ihn im entscheidenden Moment? Bruder Chen erklärt alles so nachvollziehbar. Wieso kannst du nicht einfach mal zuhören? Aber ich… Was ist mit dir? Chang Shu Dao, hör gut zu. Von jetzt anhältst du den Mund und schweigst mal. Bruder Chen, rede bitte weiter. Das ist… Bruder Chang, ich weiß, du glaubst dein Leben lang, erwartest die Wiederkunft des Herrn. Heute ist der Herr zurückgekehrt. Immer wieder schickt er dir Menschen zum Bezeugen des Evangeliums der letzten Tage. Doch du weigerst dich, dich zu suchen und zu forschen. Und dabei lässt du den Herrn vor der Tür. Lässt all das, was du machst, das Herz des Herrn nicht erschauern? Du gehst den Weg der Pharisäer. Du widersetzt dich dem Herrn und lehnst ihn ab. Wenn du so weitermachst, wie willst du dann die Ankunft des Herrn begrüßen können? Ich fürchte, dass du am Ende vom Herrn abgelehnt wirst. Okay, ich habe alles gesagt. Ich sollte gehen. Bruder Chang, ich hoffe, du denkst über meine Worte nach. Warte! Wo gehst du denn hin? Ich habe alles versucht. Bemüh dich nicht. Ich gehe ja schon. Nein, du irrst dich. Bleib da. Was soll denn das wieder heißen? Das bedeutet, er soll nicht nur mit uns reden. Du solltest die Worte des Allmächtigen Gottes rausholen und uns vorlesen. Oh ja! Warum hast du gesagt, dass du gehen solltest? Oh ja! Ich verstehe, dass du aufgeregt bist. Aber sag bitte nun auch alles. Ich will nicht, dass du was weglässt, wenn es trug ist. Leider lässt du mich ja nie alles sagen. Wenn ich was sage, sagst du, mach weiter. Ich sage wieder etwas. Du sagst, mach weiter. Und nie lässt du mich ausreden. Bruder Chang, tut mir leid, ich habe dich missverstanden. Das hat nichts mit dir zu tun. Du bist einfach immer… Nun, Bruder und Schwester, das ist das Wort des Allmächtigen Gottes, Christus der letzten Tage. Das Wort erscheint im Fleisch. Dank sei dem Herrn. Das ist so großartig. Lesen wir die Worte des Allmächtigen Gottes? Ja. Ja. Komm, komm. Gut. Wundervoll. Der Allmächtige Gott sagt, nachdem wir also nach den Fußspuren Gottes suchen, müssen wir nach Gottes Willen suchen und nach den Worten Gottes, nach den Kundgebungen Gottes. Denn wo neue Worte Gottes sind, da ist die Stimme Gottes. Und wo die Fußspuren Gottes sind, da sind die Taten Gottes. Wo der Ausdruck Gottes ist, da ist die Erscheinung Gottes. Und wo die Erscheinung Gottes ist, da existiert die Wahrheit, der Weg und das Leben. Darf ich auch mal? Ja. Der Christus der letzten Tage bringt Leben. Und den dauerhaften und unvergänglichen Weg der Wahrheit. Diese Wahrheit ist der Weg, durch den der Mensch Leben gewinnen wird. Und es ist der einzige Weg, durch den der Mensch Gott erfahren wird und von Gott gut geheißen werden kann. Wenn du nicht den Weg des Lebens verfolgst, der von dem Christus der letzten Tage gegeben wird, wirst du nie die Zustimmung des Herrn Jesus erlangen. Amen. Du wirst nie dafür geeignet sein, durch die Tore des himmlischen Königreiches einzutreten. Amen. Amen. Gottes Worte. Das sind Gottes Worte. Ich weiß, dass ich nicht viel verstehe, aber in diesen Worten des Allmächtigen Gottes spürt mein Herz ganz klar, die Stimme Gottes hat uns erreicht. Amen. Ja, ich fühle es auch ganz deutlich. Eindeutig Gottes Worte. Der Schlüssel ist, dass wir die Worte und Stimme Gottes hören können. Wir haben nun die Stimme Gottes gehört und Seine neuen Worte empfangen. Und so begrüßen wir den Herrn. Amen. Richtig. Und ich begreife, wenn wir Menschen hören, die die neuen Worte des Herrn bezeugen, dann bedeutet das, der Herr klopft an die Tür. Ja. Oh, mein Schatz. Der Herr ist zurückgekehrt und er sandte uns so oft Menschen, die das Evangelium verbreiten wollten. Und ich blieb stur bei meinen eigenen Gedanken und Vorstellungen. Ich erwartete das Erscheinen des Herrn auf einer Wolke und weigerte mich so sehr, die Wahrheit des Allmächtigen Gottes zu untersuchen. Und ich habe euch immer wieder die Tür gewiesen. Wenn ich da widerstand, war kein Mensch, sondern die Erscheinung und das Werk Gottes. Schatz, hört zu. Wir beide haben jetzt Gottes Stimme vernommen. Ja, das habt ihr. Wir können noch akzeptieren und können Gott noch gehorchen. Das ist wahr. Bruder Chang, du hast die Worte des Allmächtigen Gottes gehört und seine Stimme erkannt. Das heißt, dass ihr die Erscheinung Gottes begrüßt habt. Das stimmt. Das erfüllt die Prophezeiung in der Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun. Zudem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Siehe, der Herr ist zurückgekehrt. Amen. Oh, wir sind wahrhaft gesegnet. Dank sei Gott. Jijua. Ja? Heute will ich nicht, dass du gehst und ich will auch über nichts mehr reden. Lesen wir das Wort des Allmächtigen Gottes. Ja. Hey. Ja? Was stehst du da so rum? Geh und mach Essen. Gerne. Ich koche ein paar Knödel. Gut. Lass uns weiterlesen. Sicher. Ja. Ja. Vielen Dank.